guten morgen leute so ich kann jetzt gerade nicht ganz so in die kamera gucken weil ich nämlich gerade noch auto fahren bin allerdings in der 30er zone und die kamera behindert mich nicht daran jetzt ordentlich zu fahren ja ich bin jetzt gerade auf dem weg zum ems training weil ich nämlich heute mal was abfilmen will deswegen habe ich mein ganzes equipment mit und ja wollte heute jetzt mal euch dann endlich zeigen wie ems training eigentlich funktioniert wie das ganze aussieht was so viele gefragt haben jetzt gerade mal mit dem studio in hürth gesprochen ob es möglich ist dass ich das training hier mache weil das studio halt sehr großes und sehr hell ist und sie haben ja gesagt und deswegen bin ich jetzt hier und ich habe jetzt gerade meine kamera aufgestellt und habe den besten der besten als trainer bekommen da will ich euch auch heute wirklich mal richtig geile sachen zeigen kann beziehungsweise dann halt auf meinem kanal seht ihr es ausführlich ich werde hier aber auch jetzt gleich kurz so zwei drei frequenzen einblenden sequenzen 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 wo ihr dann einfach seht wie sieht so ems eigentlich aus also das hier ist jetzt mein anzug das ist so ein schwarzer den bekommt man und ja das studio kann ich euch jetzt auch mal ganz kurz zeigen also so sieht das studio hier aus da sind die geräte da sind die umkleide kabinen und es ist ein sehr schönes helles studio ich habe jetzt hier meine beste schon an meine arme und beine jetzt kriege ich natürlich auch noch etwas für den po damit kommen wir an die geraden und schrägen bauchmuskeln und an die beckenbodenmuskeln ich bin jetzt angeschlossen an der maschine so sehe ich jetzt hier aus ja dann geht es jetzt einfach mal los mit dem training und das ganze training seht ihr dann auf meinem hat super viel spaß gemacht und ja ich werde jetzt mal hier meine sachen zusammenpacken und dann sehen wir uns gleich leute ich sag nur eins habe ich gestern schon gegessen food porn oh gott ich habe schon so gute ideen jetzt für meine für meine food friday geschichte so und zwar gesunde french toasts gesunde mega geile french toasts also sie french toasts klar wie soll man es sagen also french toasts ist generell ja eigentlich nicht so ganz gesund aber es gibt eine variante wo man es gesund hat damit gestalten kann und die habe ich gestern für mich entdeckt und ich bin super happy darüber das perfekte brot gefunden und wenn man das zum frühstück ist hat man gute kohlenhydrate so und ich werde das hier jetzt mal fertig machen das werde ich auch bald bekommen ich freue mich jetzt auf mein essen das ist nämlich mein frühstück und wir haben jetzt schon 13.20 ich habe noch nichts gegessen war beim ems training aber das mache ich immer ich esse nie was beim ems weil ich also vor ems weil ich kriege das nicht hin wenn die impulse kommen und ich habe was gegessen mit vollem magen oder auch das kriege ich nicht hin und ich kann halt morgens nicht aufhören zu essen deswegen wird der magen immer voll sein so ja und jetzt gleich nach diesem essen muss ich auch direkt schon zu einem termin und tobi hat um 17 uhr soweit ich weiß frei und dann müssen wir noch zwei sachen machen wegen meinem auto was gucken und dann haben wir frei ich sitze wieder auf dem weg zu meinem termin das wetter ist so schön es ist so warm dass ich mir gerade denke warum habe ich mir so eine dicke warum habe ich denn so eine lange bluse und so eine lange hose angezogen und man kann ja auch nicht da mit so mega kurzen sachen bei einem meeting antanzen aber egal das werde ich jetzt aushalten wir sitzen draußen ich hoffe im schatten und ja Leute ich bin voll stolz mein pferdeschwanz er liegt langsam auf das ist so geil das ist so das was ich immer voll schön finde wenn man einen pferdeschwanz trägt und es ist mittlerweile so lang wenn man ihn ein bisschen höher trägt dass er auf der schulter aufliegt das finde ich immer voll toll dann heißt es so für mich ja meine haare die wachsen richtig gut hier und ja vielleicht besuchen wir gleich mal den tobias allerdings der hat eigentlich um 17 uhr schon ja frei deswegen weiß ich nicht ob das jetzt so nötig ist ich muss auch noch der elementi bearbeiten ja mal gucken morgen wird es auch schön morgen werden tobi und ich den tag genießen weil morgen hat tobias frei das heißt dann seht ihr ihn auch wieder morgen bisschen besser ein bisschen mehr und heute aber auch mal gucken vielleicht machen wir heute noch irgendwas eigentlich wollten wir ja mal auch wieder ins kino gehen weil es laufen im moment coole filme die minions zum beispiel die minions sind so cool und leute nein bitte nicht schreiben machen wie kannst du nur es wagen beim autofahren zu vloggen ich habe beide hände am lenkrad seht ihr das konnte man das gerade sehen ich weiß es nicht und ich fahre hier auch gerade nicht auf einer schnellstraße gut jetzt fahr ich gerade auf einer schnellstraße zu aber alles unter kontrolle so leute ich bin nun endlich auch wieder zu hause und die machen macht ihr gerade einen mega gesunden apfelkuchen ja mit quark mit apfel und ganz viel anderem zeug noch dazu wenn ihr möchtet kann ich gerne ein tutorial machen also das ist der ist wirklich da ist kein zucker drin da ist kein mehl drin da ist ja nichts ungesundes eigentlich drin ja jetzt bin ich mal gespannt wie der gleich schmeckt ja wo riecht man der riecht nach apfel und nach quark und quark 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 so ja und die sonne scheint wärme angenehme 28 grad der finn jagt gerade hier eine fliege fangen sie halt fangen sie halt du bist so lahm ne ja wartet ne das ist einfach nur ein lahm das faul ne 28 grad ne heute bin ich faul so siehts aus und ja dann werden wir uns gleich beim fertigen kuchen wiedersehen hey whats up little man little man little man little man 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 den nervt das jetzt schon das merke ich an seiner Art wie er gerade ist oh du hast hier einen Knoten Schatz ja die mich mir rauchende bell hallo doch mal ich sitz jetzt hier gerade vorm Ofen und warte dass mein Kuchen fertig wird und der braucht wohl angeblich noch 5 Minuten, 6 Minuten und dann hole ich den raus, lasse den abkühlen und in der Zeit trainiere ich und nach dem Training gönne ich mir ein Stück hm hm ich freue mich ja ne Finn boah das riecht gut boah ich hoffe ich drück jetzt so sehr wieder ab dass der richtig lecker wird das wär wirklich super weil dann hab ich wieder mal was gefunden was lecker schmeckt und gesund ist machen wir uns jetzt den Kuchen raus ich bin gespannt da gibt es nichts zu erzählen ihr müsst nur gucken Ist das jetzt so warm? Ich hoffe so sehr, dass der was gewartet ist! Nur? Not bad! What do you say? Gut sieht aus. Machst du auch den Ofen auf? Ja. Wie mein Kuchen! Ja, lass mir den jetzt mal 20 Minuten abkühlen und dann essen wir. Guck mal, mein Zopf fällt langsam auf meine Schulter. Langsam. Wenn ich meinen Kopf so neige. Fällt dir nicht schnell? Nein, guck, er fällt auf die Schulter. Schnell oder langsam? Langsam, okay? Ja. Und ähm, ich muss jetzt gleich nochmal ein Training machen. Aber dass Tobias und ich, wir müssen noch einkaufen fahren. Ich glaube eher, du musst das. Okay. Der auch. Darf ich den ganzen... Tobi! Kannst du die Leute, die so anfangen zu zucken? Katze oder was? Ja. So, jetzt. So, ich war gerade einkaufen. Der Tobi, der ist sich mitgekommen, weil der so müde ist. Und ähm, da wir eventuell um 22.30 Uhr noch ins Kino wollen, oder 22.45 Uhr, hab ich gesagt, du schlaf mal und ich fahr kurz einkaufen. Weil die Katzen hatten kein Katzenfutter mehr da, dann war ich noch kurz tanken. Ich kann angeblich jetzt mit dem Tank 736 Kilometer fahren. Ähm. Oh, sie schau jetzt verholt ihn. Welchen Film hast du jetzt reingemacht? Annie. Annie oder Anna? Annie. Annie oder Anna? Annie. Annie oder Anna? Annie. Annie. Oh Mann. Frau Antje. Kennst du noch? Ja, kenn ich noch. Wir sind jetzt hier auf der Couch angekommen, am Chillen. Tobi hat seinen McDonalds bekommen. Ich fühle mich gerade wie betrunken, weil ich in so einem Schlafdelirium bin, voller Müdigkeit und Erschöpfung. Ach, halt den Mund. Oh Mann. Das sind die Chicken Nuggets. Ja, ich merke das. Das ist ganz schön viel Chicken Nuggets. Hast du aufgegessen? Ja. Ja. Morgen gibt's schönes Wetter. Fein, ich wollte es auch gerade sagen. Ja. Und ich hab das... Der Kommentator war wieder schneller. Du darfst nicht auf mich filmen. Ach, komm mal rum. Naja, auf jeden Fall. Ich hab jetzt eben... Oh, nix fäng ich zu, es ist doch warm. Mir ist nicht warm. Nee? Nee, mir ist kalt. Meine Beine sind auch frei. Ey. Kinning, was bist du für ein... Du wolltest gerade von deinem Lachserlebnis erzählen. Ja, genau. Mein Lachserlebnis. So geil. 83 Jahre. Also. So geil. Ich habe 23 Jahre meines Lebens damit verschwendet, roten Fisch zu meiden. Meiden? Und ich liebe... Liebe Lachs. Was, Kommentator? Nicht auf mich filmen. Boah, geht der mir auf die Nerven. Machen. Hat gerade gemeint. 23 Jahre hat sie roten Fisch gemieden. Das muss dazu erklärt werden. Auf der Hochzeit von meinem Arbeitskollegen gab es Nudeln mit Lachs. Und Action. Ohhhh. Ja, okay, gut. Ich habe aber... Nein, du musst deine Lügen... Der Lachs war auch... Nein. Oh Tobi. Der Lachs wollte dich bischen bringen. Ich würde jetzt sagen, wir sagen euch gute Nacht. Ich würde jetzt sagen, wir sagen jetzt. Und wir schauen jetzt noch einen Film. Schatz, wie viele Ohren haben wir?